Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil des Retro Megaman 2. Es geht weiter zu... Air-Man! So. Ach, das... Gottes Willen. Ich ziehe euch jetzt von der Mobs raus. Nein! Achso, ich habe vergessen zu speichern am Anfang der Stage. Das war natürlich... Dym. Sööö... Hopp. Oh, Gott. Oh, Gott. So, komm. Blöde Wolken, ey. Dann bleib der blöde Energietank nicht mal auf deinem... Aber dann... So. Ne, ne. So nicht, mein Freund. Oh, Gott. Oh, nein. Ah. Würstchen. Blaue Würstchen. Mittelpunkt. Boah, das war getimed. Das war... Oh. Oder... Das war... Das war dumm. Na, komm. Hopp. Weg, da. Na. Ach. Windmann, geh weg da. Oh Gott. Ah. So. So. Hä? Was ist denn? Hä? Wieso ist dieser Wind, Hoshi, jetzt gerade die Spawn von meinen Augen? Naja, ich beschwemme es nicht. So. Airman. 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 Na. Na, egal. Na. Ah. Patsch. Jöööö, das war Airman. Mann, 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 das ist ja richtig schwer hier. So, mal gucken, was wir jetzt bekommen. Ich glaub, Tornado oder sowas. We get equipped with... Oh, man lief Schild. Hm. Nee, ey. Ach, Airman. Ah, von wegen... Von A. Okay, vom letzten Boss ist das. Deswegen auch W mit Wood. Na, oh, jetzt gibt's hier. Message from... Dr. Light. Jetzt bekomm ich hier sicher irgendwie zwei. Ich glaub, ich krieg zwei. Item zwei. Genau. Completed. Get your... Weapons ready. Ja, dankeschön. Alles klar. Damit sehen wir uns wieder zum nächsten Teil. Letzte Retro Megaman 2. Dann in der nächsten Stage. Ich wünsch euch was. Tschüss.